Bist du der Neue? Ja, Vater. Dann komm mit. Ich zeige dir deine Unterkunft. Oh ja. Das ist ja ganz schön ruhig und einsam hier, nicht wahr? Ja, mein Sohn, so ist es hier bei uns im Kloster. Um fünf Uhr aufstehen, waschen, beten, meditieren. Äh, Vater. Ja, mein Sohn. Ich meine, Vater, was ist denn, wenn mich mal ein Bedürfnis überkommt? Ja, Sie wissen, was ich meine. Ach, das meinst du. Dann komm mal mit. Wenn du diesen alten Schrank öffnest, siehst du eine Klappe. Und dahinter versteckt sich ein Hintern, mit dem du dich von Sonntag bis Freitag vergnügst. Und was ist mit Samstag, Vater? Tja, mein Sohn, da hast du Schrankdienst. Hi, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt einen Kommentar hier unten. Oder teilt es bei Facebook. Und vergesst nicht, immer schön glück bleiben. Bis zum nächsten Mal. ARD Text im Auftrag von Funk